Ja, Dienstag, hallo, gearbeitet, stressig, Orkan überstanden, jetzt wird ein bisschen Fitness gemacht und das Geilste ist, ich gehe jetzt auf den Stepper und, pass auf, erkennt ihr das? Ich glaube nicht, es spielt Running O'Sullivan Snooker. Ich glaube, ich werde heute ein bisschen länger auf dem Stepper bleiben als sonst. Tut mir auch ganz gut. Wobei, ich habe schon ordentlich abgenommen. Ich glaube, sieben Kilo, seit ich angefangen habe, immer fleißig Fitness zu machen. Und das, obwohl ich ja gleichzeitig Muskeln aufbaue. Also, ja, Arschlecken. Ich habe gerade noch so gesehen, wie Running O'Sullivan das letzte Spiel verloren hat und dann war es vorbei. Dementsprechend habe ich auch nur Bock auf 10 Minuten warm machen. Ich bin eh ein bisschen spät heute dran, deshalb jetzt mehr Zeit mit Pumpen. Reicht für heute. Gut gepumpt, gut Cardio gemacht. Aber jetzt reicht es noch. Ich bin froh. Jetzt schön duschen, schön heiß duschen und dann nach Hause. Ach, ehrlich. Und dann wissen wir es erst. Nur eine Kleinigkeit. Das ist das Witzige irgendwie, wenn man immer zu spät nach der Arbeit zum Fitness geht. Irgendwie ist keiner da. Kurz nachdem das Spiel vorbei war, hier wird ja immer, da wird ja immer live übertragen, hier auf den Fernsehern, die Champions League Spiele, die ja scheiße ausgegangen sind. Aber kaum war die vorbei, war auch keine mehr da. Es sind oben noch drei Leute bei den Handeln, wo ich auch gerade war. Jetzt will ich auch nur noch Bauch machen und dann nach Hause. Ja, im Moment bin ich halt wieder sehr viel beim Sport, sehr viel bei der Arbeit. Bei der Arbeit sowieso, aber halt auch. Wenn ich nicht beim Handball bin oder beim Fußball, dann bin ich halt beim Fitness. Nach der Arbeit oder vor der Arbeit. Je nachdem, wann ich arbeiten muss. Ist klar, warum kompensieren, ablenken. Wenn sowas passiert, lenkt man sich immer ganz gerne mal ab. Peace! Ja, was machen Männer, wenn sie sich von Frauen ablenken wollen? Ja, nicht nur Sport, sondern shoppen. Ach nee, warte mal, oder waren das die Frauen? Egal, jedenfalls war ich auch ganz viel shoppen heute. Ja, jetzt nicht unbedingt des Ablenkenswings. Es war so viel, was ich auch erledigen musste. Zum einen war ich heute beim Friseur. Ja, ich weiß, danke, danke. Und dann, warte mal, vom Friseur bin ich direkt weiter zur, genau, zur Führerschein-Bußgeldstelle. Ich musste ja meinen Führerschein abgeben und 180 Euro bezahlen. Gut, weh. Passiert, ne? Ähm, dann bin ich weiter zum Paws, hab ein Paket abgeholt. Ich hab hier mal so alles feiergelaufen. Da ist das Paket, was ich heute, äh, was ich heute abgeholt hab. Ich weiß, was drin ist. Ich hab schon reingeduschert und es sieht auch richtig gut erhalten aus. The Legend of Zelda Four Swords für den Game Boy Advance mit diesem coolen Cover. Das ist ein bisschen seltener. Es ist vor allem auch ein bisschen wertvoller. Einfach nur geil, das Ding. Jetzt ist wieder eine Lücke geschlossen. Erlinked at the Past Four Swords für den Game Boy Advance in UVP. Das ist auch eine der etwas wertvolleren, selterenen UVPs. Hab ich aus dem Ausland, äh, hab ich das Ganze ersteigern können? Ist ja egal. Ist ja trotzdem pal. Ich kann's ja trotzdem spielen. Ist sogar mit deutschem Bildschirmtext. Das ist witzig. Ja, dann, ähm, war ich, genau, im Bußgeld. Dann war ich bei der Post. Dann war ich bei Gandalf. Und hab nur geguckt, ob es neue Mangas gibt. Gab's nicht. Hab geguckt, ob es noch diese Commander-Decks gibt. Gibt es, aber für 40 Euro. Die wurden ja erhöht. Für die, die das mitbekommen haben mit diesem einem Commander-Deck, weil da so eine arschwertvolle Karte drin ist. Da nichts gekauft. Dann bin ich weiter, ja, dann bin ich da lang gegangen. Dann hab ich so einen anderen Magic-Laden gesucht. Den gab's früher mal. Der hatte auch Magic-Karten. Den gibt's gar nicht mehr, den Laden. Der war einfach zu dicht dran an Gandalf. Und alle gehen immer zu Gandalf, wenn sie irgendwas Nördiges in der Richtung haben wollen. Dann bin ich zu Karstadt Sport. Und bei Karstadt Sport hab ich mir jetzt, ähm, ich hab mir wieder angefangen mit Handball. Und meine alten Schuhe, die sind zwar noch völlig okay, aber die sind mir ein bisschen zu schwer. Die sind mir so ein bisschen zu, ich weiß nicht. Jedenfalls hab ich da drin nicht so das schöne Gefühl beim Laufen. Deshalb hab ich mir jetzt für 80 Euro mal neue Handballschuhe gekauft. Ab und zu muss das mal sein. Und bei Sportschuhen, da darf man auch nicht geizen. Außer bei Fußballhallenschuhen. Aber bei Handballschuhen, da muss man, finde ich, jedenfalls schon mal ein bisschen was ausgeben. Weil sonst merkt man einfach den Unterschied. Und ich möchte den Unterschied beim Handball nicht merken. Dann hab ich noch weit bei Karstadt, ja. Neue Sportsocken von Hummels. Nichts Spektakuläres. Dann bin ich weitergegangen zu, zu Deichmann. Oh, bei Deichmann hab ich mir gekauft. Ich geh gern zu Deichmann, weil es da, finde ich, immer schöne, günstige Schuhe gibt. Und zwar hab ich da für 40 Euro ganz normale, schwarze, schöne Schuhe. Braucht man immer, brauche ich ständig. Auf der Arbeit trage ich die halt sehr gerne. Und gerade auf der Arbeit nutzen sie sich halt doch sehr stark ab. Deshalb muss ich mir ab und zu mal neue, schöne, schicke, schwarze Schuhe kaufen. Und dann, wie gesagt, neue Heilenschuhe brauchte ich auch für 40 Euro. Ganz normale Adidas-Hallenschuhe. Bei heilen Fußballschuhen bin ich selbst recht anspruchslos. Da reichen mir so ganz normale Schuhe für 40 Euro. Habe ich ein super Spielgefühl mit, wenn ich mit denen spiele. Was ist hier? Achso, das ist noch von drüben. Was ist das? Werbung. Brauche ich nicht. So, weg. Dann war ich noch bei Saturn. Und bei Saturn war ich einfach nur so drin, weil der direkt gegenüber von Deichmann war. Und ich wollte gucken, ob man da manchmal findet man ja was. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass sie, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Büttenwader. Neues aus Büttenwader. Das ist so witzig. Mein Vater und ich, auch meine Mutter, aber vor allem mein Vater und ich, wir lieben diese Serie. Mit Peter Heinrich-Brix und Jan Fedder. Das ist so witzig. Warte mal, die kostet nur 9,99? Im Regal stand 19,99. Dann hätte ich ja noch mehr davon mitgenommen. Ist ja geil. Das sind 5 Folgen aus der Staffel. Das ist so witzig. Ich fand, die haben die da alle liegen. Ich werde mir die jetzt alle holen. Die gibt es im Internet voll schwer zu bekommen. Warum auch immer. Dann Batterien mussten einfach mal wieder sein. Für meinen Vibrator. Nein, für meine ganzen, vor allem für meine Fahrradbeleuchtung. Und dann habe ich mir mal die hier geholt. Neue Kopfhörer für mein Handy. Weil ich hatte mir mal welche gekauft, aber die gingen auf dem Sony Ericsson irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Jedenfalls habe ich die jetzt mal probiert. Und die sind der Hammer. Also die sind jetzt hier schon raus. Das sind ganz normale Kopfhörer. Die haben 25 Euro gekostet, aber die haben einen richtig geilen Klang und einen richtig geilen Bass. Sogar so stark, dass ich jetzt gleich keinen Bock habe, mit dem Fahrrad dahin zu fahren, sondern mit dem Bus, damit ich unterwegs Musik hören kann. Auch witzig. Ja, ansonsten werde ich jetzt gleich zum Handball und da werde ich mich schon auch mal zwischendurch was filmen. Ja, Training war geil. Aber noch geiler sind diese Kopfhörer. Die sind einfach nur der Hammer. Die haben so einen geilen Klang und so einen geilen Bass. Ich bin jetzt halt nur um Musik hören. Ich habe mich extra früh darauf setzen lassen auf dem Weg, damit ich halt noch ein bisschen zu Fuß gehen kann. Und dann kann ich auch noch kurz was drehen. Ja, Training war sehr geil. Es macht echt Spaß mit der alten Gruppe. Vor allem mal wieder richtig Handball, sich mal wieder richtig verausgaben. Macht richtig Bock. Ich merke auch, dass ich deutlich fitter geworden bin durch das Fußballspielen. Bin jetzt aber doch ziemlich im Arsch von den ganzen Tagen. Ich wäre nur beim Fitness, jetzt beim Handball. Morgen werde ich aber auch noch zum Fitness und dann mir Samstag mal Pause gönnen. Samstag habe ich sowieso. 9 bis 17 Uhr. Das heißt, ich habe mal den Samstagabend frei und werde mal gucken, was man da so machen könnte. Ja, ansonsten, es geht schon einigermaßen mit dieser gewissen Geschichte. Jetzt, man denkt halt immer noch dran. So wie heute zum Beispiel, Donnerstag ist es hier öfter mal vorbeigekommen nach dem Training. Und wir haben uns auf dem Parkplatz getroffen, unsere Parkbad-Dates. Naja, aber es geht, alles in allem geht es irgendwie auf jeden Fall voran. Und wie gesagt, ich möchte das hier jetzt ja auch nicht großartig beitreten. Da war mal kurz drüber reden, kann man ja mal. Ja, ansonsten werde ich jetzt nach Hause. War ein komischer, lustiger Tag. Ich habe den ganzen Tag unterwegs gewesen und Besorgung gemacht und Sachen gekauft. Scheiße viel Geld ausgegeben. 180 davon natürlich leider ein bisschen unnötig. Aber was soll's. Wenn man, ne, muss man mit klarkommen, wenn man sowas macht. Ja, jetzt werde ich mir noch zwei Würstchen oder so essen. Das muss reichen, sonst nimmt man ja nicht ab, ne. Ach ja, die Handwerkschuhe sind übrigens auch der Hammer, die ich gekauft habe und vorhin gezeigt habe. Die waren, ich bin so zufrieden mit denen. Richtig schön fest, aber leicht. Ich habe mir extra leichte Schuhe gekauft. Die sind echt geil, die Schuhe. Und ich habe mich noch für keine neue Serie entschieden. Und den Breaking Bad Talk, das Video dazu, gibt es erst, wenn etwas gewisses angekommen ist, was ich mir gekauft habe. Ein Stand, Rosen sind auch noch ein bisschen da. Den haben wir uns so aufgebaut und mit Stickern beklebt. Ja, und dahinter stehe ich so. Hier in meinem grün schicken Nachhaltigkeits-T-Shirt. Und dann fangen wir hier so die Leute ab. Und dann erklären wir denen das. Und für die Kinder haben wir hier so die Looney Tunes Karten. Da sieht man noch ein bisschen. Da hatten wir hier ganz viel, haben wir alle verschenkt. Und davon haben wir so viel, auch von diesen Sammelalben, so viele verschenkt. Ja, und war sehr erfolgreich das Ganze. Ich habe sehr viele Leute und wissen, was sie über unsere nachhaltigen Projekte erzählen können. Fairtrade, Aufrunden, Powertüte und was es da noch alles gibt. Für den Erfolg könnt ihr mich dazu auch gerne noch was fragen. Und ja, diesen Stand haben wir uns, wie gesagt, selbst gebaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele Kunden haben sich vor allem über diese ganzen Sticker-Sachen gefreut. Vor allem über die Kinder. Am besten war halt immer, ja, dann sind die Kinder heute Abend ja beschäftigt. Das war immer so die Standard-Antwort. Aber auch die Hosen bei den Frauen kamen sehr gut an. Also ich fand, das war eine sehr erfolgreiche Promotion. Ja, Samstagabend. Ungewohnt für mich, dass ich Samstagabend frei habe. Und deshalb habe ich auch total verschlafen, irgendwas zu organisieren. Und ich kam so nach Hause, ich so, Samstagabend, was machst du denn jetzt? Normalerweise bin ich um elf zu Hause. So, jetzt war ich schon um halb sieben zu Hause. Am sieben, ich war noch ein bisschen in der Stadt sieben. Und dann habe ich zum Glück Moritz angeschrieben. Ich hatte ihn schon angeschrieben, er hatte sich gemeldet. Wir haben geschrieben, ja, jetzt treffen wir uns im Exlex seit langer Zeit mal wieder. Bei ihm hat sich einiges ereignet. Ich bin zu früh, deshalb muss ich langsamer gehen. Wir kurz was trinken und dann gucken wir Gravity im Kino. Ich hatte auch voll Bock auf Kino, ich war lange nicht mehr im Kino. Und ja, ihn mal auch mal wieder updaten. Wir haben ja ewig nicht gesprochen. Er hatte viel Stress, ich hatte viel Stress. Er weiß ja noch gar nichts von meinem ganzen Unglück. Es geht immer besser, es geht immer besser. Das Leben geht voran. Ich denke mal, so Anfang nächster Woche kann man über das Ganze dann auch schon wieder lockerer hinwegziehen. Oh ja, ich halte mich mit sowas generell immer nicht so ewig lange aus. Na gut, ich bin jetzt gleich da. Ich muss ein bisschen Zeit hochschlagen. Ich bin fünf Minuten zu früh. Die kriege ich auch noch rum. Aber ihr kennt mich, ja, ich bin ungewöhnlich. So ist es. Ich war gerade im Kino. Habe ich glaube ich schon angekündigt. Eigentlich, wir haben Gravity geguckt. Hammer, ist das ein geiler Film. Eigentlich wollte ich jetzt auf dem Nachhauseweg darüber reden und gleichzeitig filmen. Aber es regnet. Es regnet nicht so doll, dass ich glaube, na doch, ich werde schon ordentlich nass werden. Ich muss aufpassen, dass meine Handys nicht nass werden. Und deshalb kann ich halt unterwegs jetzt nicht filmen. Ich filme, wenn ich zu Hause bin. Oder auf solchen kleinen, coolen Stücken zwischendurch. Aber dieser Weg, an dieser Apotheke vorbei, der reicht jetzt nicht wirklich, um etwas über der Gravity zu sagen. Außer, dass ich gerade richtig geflasht bin. Ich habe noch nie so einen Film gesehen. Ziemlich cool. Bis gleich.